Ärgerlich. Jetzt möchte ich gerne mal hier durchkommen. Ach, der Dude wartet da schon auf uns. Jetzt verwandelt er sich in das Riesenvieh. Ja, danke. Oh, holy shit. Ich tankte das. Das ist kein Ding. Gut, jetzt muss ich zurück. Oh, holy shit. Ich habe zu früh gedodged. Aber der tut noch vor Leben. Oh, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Nur noch 300 noch was Leben, aber ich lebe noch. Äh. Okay. Du machst das schon. Ich versuche, das viel zu tanken. Oh, never mind. Ich bin tot. Oh nein, ich lebe noch. Ah, okay. Der hat halt... Ah, alles klar. Ich lasse ihn das jetzt mal... Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wenn ich ihn das jetzt tanken lasse... Und ich halt einfach immer nur... Ha, großer Verlorener füttert. Ah, dankeschön. Hat funktioniert. Hm. Ich habe ihn einfach die ganzen Sachen machen lassen. Ist nicht die feine englische Art, aber ist okay. Ah. Ah. Oh, lieber. Nein, danke. Gib ihn doch noch! Was ist ein Haus? Ich kann nicht nur das Problem sein. Wait, was das? Geh raus! Ich werde ein Bein. Es ist okay, dass du... Benutz dein Biakugan Hinata, du schaffst es Ja Cool Hinata Okay, ich bin in der Zwischenwelt Das ist klar Okay Okay Man kriegt also die Storys von den Leuten Immer wenn man diese Dinge berührt bekommt Also man kriegt Das ist das, was wir gesehen haben Da wurde er übernommen Das ist das, was wir sehen haben Okay. 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 ... ... ... Uff. Dann nehmen wir mal die Treppe! Hell... ... Das war's für heute. Ich glaube, dass ich mit uns zusammengekommen bin. Wir haben uns mit dir gescheitert. Ich kann nicht glauben. Das ist auch dein Kraft. Komm her. Ich werde jetzt ein Platz für dich. Hallo, Louis. Berserker. Korpus Zahn. Oh, okay. Stärken und Belastbarkeit. Ah, Berserker ist ein neuer. Oh, neuer Blutcode. Oh, Berserker. Oh, Berserker. Oh, Berserker. Oh, Berserker. Oh, Berserker. Okay. Die Basis. Saisonkartenbonus. Alternative Mia weiß. Ah, okay. Sprich mit der Gestalt im unterirdischen Lager, damit der Saison NSC dir als Partner zur Seite steht. Okay. Das ist halt unterirdisch, ist halt unterirdisch. Wir gucken mal, was das unterirdisch bedeutet. Da ist ein rotes Blinken. Asteria, Kotbesitzer Mia Karnstein. Aha, Mia Karnstein. Ähm. Bietet Gleichgewicht. Bietet Gleichgewicht und Stabilität im Kampf, sowie nützliche Talente zur Erkundung. Ich habe einen Blutcode erhalten. Sprechen. Ähm. Partner zur Seite zu stehen. Äh. Partner wechseln. Geht das? Ah, okay. Der alternative Partner Mia weiß. Steht mir zur Zerhöhung. Okay. Alles klar. Äh. Ich habe jetzt aber... Habe ich das richtig gesehen? Ja. Beweglichkeit langsam. Gesamtgewicht übel wenig. Angriff weniger. LP weniger. Dafür mehr Ausdauer. Mini-Core. Das ist halt eine Spell-lastige, glaube ich, oder? Schwer zu sagen. Blutschleier. Na gut. Okay. Was haben wir hier? Hier ist ein Bett. Und irgendwas. Äh. Gibt es hier auch einen Kristall, wo ich mein Shit ausgeben kann? Oh, warte mal. Da ist auch noch blau. Ah. Aussehen anpassen. Ah. Alles klar. Ähm. Das kann ich hier doch bestimmt irgendwo... Spielkasten-Accessoires. Gibt es hier jetzt noch irgendwas Neues? Also. Ja, klar. Ich meine, ich kann hier mein Rechts- und Links- und meine Hörner anpassen. Aber ich habe hier auch noch... Eigentlich. Äh. Na gut, okay. Ich mache mal auf das einfach Neues kann. Ich überschreibe das mal eben. Ähm. Gibt es hier noch irgendwas Neues? Irgendwas, was durch den Shit bedingt ist oder so? Oh. Holy Shit. Augenringe bis Tod ist. Aber nichts, ne? Äh. Make-up. Gibt es da irgendwas? Also ich weiß... Ne. Alles gut. Dass es tatsächlich irgendwie Shit gibt, den man... Okay. Mal passen, wenn. Dass man... Den man halt später noch kriegt. Mit verschiedenen, äh... Sachen, die man halt haben kann, aber... Egal. Alternative Mia weiß. Ja, das kenne ich ja schon. Danke. Okay. Ich mache gerade Inventur, natürlich! Ah, verdammte Axt. Sorry. So. Da oben ist noch was Blauleuchtenes. Da ist noch was Blauleuchtenes. Sprich mit Luis und weitere Informationen zusammen. Okay. Was? Am Rand der Karte steht etwas. Okay. Ja, okay. Das unterbinden wir mal direkt wieder. Dankeschön. Oh, du hast jetzt hier ein Bett, ne, meine Freundin? Oh, wait. Sorry. Sorry. Hier ist es warm. Ich wollte mich wissen, was ich zu wissen. Aber ich weiß nicht, was ich zu wissen, was ich zu wissen. Ich weiß nicht, was ich zu wissen, was ich zu wissen. An meiner Seite und diese Verbindung. Wenn ich mich zu wissen, was ich zu tun, was ich nicht zu kämpfen. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich das tun. Ich habe das tun, was ich zu tun. Ich habe mich dafür gemacht. Das ist so, dass ich mich immer wieder anwenden. Ich habe mich immer wieder anwenden. Du bist. Wenn du in der Reise gesehen hast, du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Wenn ich Überreste finde, mhm. Ah, okay. Die gibt mir später noch verschiedene, ähm, Sachen, die ich machen kann. Okay, my friend. Sind ein paar mehr Waffen. Wenn ich mir das so angucke, kriege ich so den verdammten Verdacht. Boah, nee, das möchte ich nicht, aber nee, das möchte ich auch nicht. Das ist schwer. Das sieht gut aus. Das nehme ich mit. Gibt es mir das? Gibt es zu mir? Nee, nee. Okay, okay doch nicht. Hier aber steht keiner. Ah, ich kann mich aber setzen. Kommt da irgendwer? Ach, Hinata. Naruto kommt nicht. Nee, da kommt doch keiner. Oh, wait. Wait. Ich kann rauszummen. Ich kann... Ja, okay. Das geht. Danke. Who is this? Diesen Guy möchte ich gerne in meinen Kämpfen mit dabei haben. Bitte. Kann ich... Nee, okay. Oh. Ich hab's Spiel kaputt gemacht. Sorry. Wir sind gerade hart. Musik. Ja. Ich bin der Rei Rewenant. Ich bin David. Ich bin von der Rindisiäu. Ich bin der Angelegenheit. Ich bin der Angelegenheit. Ich bin der Angelegenheit. Und bin ich alle. Ich bin mit dem Namen. Ich bin der Angelegenheit. Ich bin mir für's. Ich bin mir nicht nur Fragen. Ich bin mir auch... ... Äh, Davis, ich find's gut, dass du sprechen kannst, ohne deinen Mund zu bewegen, aber okay. Ja, okay. Ist mir ein Lade. Ah, okay. Ja, da, äh, danke. Das ist genau das gleiche Prinzip wie auf der anderen Seite, sehr schön. Hier ist eine Mistel gelandet, die nehmen wir noch mit. Äh, wait. Training beginnen? Bitte was? Ähm. Hi. Ah, Training beenden, okay. Okay, also man kann hier... Hier gibt's keinen Gegner, oder? Ah, okay. Der Gegner ist diese... Ja, alles klar. Oh, wait. Das ist vor allem... Ist es egal, wie viel Energie ich habe. Ich kann diese Doppel-Hit-Attacke immer machen, oder? So, drei ist das und vier ist das. Dankeschön. Danke. Okay. Okay. Ich muss mir einfach merken, auf was für Positionen meine Skates sind. Und ich habe... Ah, okay. Ich kann aufs Inventory dann auch gehen. Generationserweiter... Ah. Dammit. Ähm. Wait a second. Where it is. There it is. Benutzen. Jetzt habe ich... Habe ich jetzt, oder habe ich nicht? Das ist die Frage. Ah, jetzt habe ich vier Erweiterungen. Ja, sehr gut. Äh, es war mein Fail. Fügt aktuell... Okay, nee. Das ist irrelevant. Irrelevant. Aber das heißt doch, dass ich jetzt auch Berserker machen kann. Ja. Und da ist es... Das habe ich komplett überlesen gerade. Ähm. Ja, meine Lebenspunkte gehen um 85%. Oh, das ist weh. Das ist viel. Ausdauer dafür geht hoch. Basisgleichgewicht geht hoch. Ich bin unendlich langsam. Okay, never mind. Stärke, Geschick und verstanden. Das ist egal. Äh, Wiedwert ist ein B+. Standard... Äh, Standhaftigkeit ist auch ein B+. Ich gehöre halt übel viel auf defensive Stats. Ich bin halt ein Tank. Also Berserker ist halt ein Tank. Aber ich glaube, wir kriegen noch bessere. Deswegen bleibe ich erstmal hier, wo ich bin. Aber was ich nicht verstehe ist... Ich würde halt gerne... Ich würde halt gerne hochleveln. Freischalten. Wo ist das da? Ja, dankeschön. Dieser Stern bedeutet doch eigentlich... Stufenaufstieg. Ja, okay. Never mind. Ja, dankeschön. So, und jetzt? Was bedeutet dieser Stern? Na, egal. Lager, Geschenke... Geschenke? Es gibt Geschenke? Oh, okay. Lager. Da habe ich nichts mehr drin, aber... Oh, wait. Warte mal. Jetzt kann ich doch alles weghauen. Hm. Weniger Gewicht... Weniger Gewicht... Mehr Schlitzenschmitteln... Blabla... Ich glaube, ich bin mit meiner Waffe, die ich gerade habe, relativ gut dabei, wa? Weil ich kann ja leider bei ihr noch nichts kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Okay, kann ich aber auch noch nicht so viel machen, deswegen denke ich... Also, ich komme hier auch nicht raus... ...dass ich mit ihm quatschen muss. Und das werden wir doch mal tun. Ja, warte mal. Gibt es ja auch noch was. Was ist das? Zur Quelle gehen. Das muss ich jetzt mal probieren. Was ist die Quelle? Oh, wait. Heiße Quellen. Ah, okay. Auf Erinnerung zurückblicken. Ah. Ach, so. So, ich verstehe. Du kannst hier auf die verschiedenen... Ja. Du kannst hier auf die verschiedenen Sachen zugreifen. Olivier ist verloren, oder Oliver? Es sind nochmal so Story-Fetzen, die du hier wahrscheinlich wiederholen kannst. Alle vom Gleis im Licht im Mund. Ah, okay. Alles klar. Ja, das ist halt also diese... Also, das hier ist einfach nur so ein Ding, wo du halt deine Story wiederholen kannst. Hi. Hi. Gehen wir mal raus. Nein. Ich möchte... Warte. Auf Erinnerung zurückblicken. Ah, X... Äh... Also können wir verlassen. Okay. Ja, möchte ich. Danke. Okay. Also die heißen Quellen sind tatsächlich... Ich gucke nochmal kurz. Aber weil ich es kann. Nochmal kurz zurückgelaufen. Nochmal kurz Luki-Luki machen. Aber ich glaube, die heißen Quellen sind halt echt... Weißt du, denn ich kann hier auch noch weiterlaufen. Weil dann laufe ich hier noch weiter. Ähm. Männer und Frauen gleich... Na, egal. Achso, ich glaube... No, wait. Hier war... Wo, 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 wo? Wo konnte ich hier drücken? Ah, hier. Ja, Quelle betreten. Ja, nee. Okay. Also die heißen Quellen sind... Äh... Achso, ich kann mich hier auch hinsetzen. Aber ich vermute mal gleich das Prinzip. Ja, okay. Same procedure as ever here, James. Okay. Zurück in die Basis. Ähm. Es scheint so, als ob die Basis so unser Umschlagpunkt ist. Wir müssen jetzt mit ihm quatschen, war schon... Vermute ich mal. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Achso. Okay. Das ist hinlegen. Ja. Wir haben halt was gemacht. Und wir warten. Auf Naruto. Nee, nee. Passiert nichts. Okay. Äh, wait. Oh, nur Sekunde. Gibt's hier eigentlich unten noch irgendwas anderes? Da komm ich nicht hoch. Nee, hier gibt's nichts mehr. Ist halt ein Waffenarsenal ohne alles. Ja, das hab ich gelesen. Alternative Mia. Ja, ja, dankeschön. Mia ist hier noch gar nicht aufgetaucht, aber ist okay. Äh, aber hier gibt's immer noch... Also ich glaub, das leuchtet immer blau, oder? Weil sonst würde hier irgendwas sein, wo ich sagen könnte... Das ist anders. Ja, du kannst halt immer noch den hier machen. Uh, naked. Das ist ein bisschen untaken. Das auch. Aber ich find immer noch das Standard-Ding am besten. Also ich find immer noch das hier eigentlich ganz gut. Oh, wait. Falscher Button. Sprech mit Louis so weitermachen und so zusammen. Ja, danke. Habe ich gemacht. Und jetzt? Falscher Button. Ich habe die Kraft, die du mit einem eigenen Wettbewerb haben, die ich nicht mit dem Vöid-Gateein habe ich den Wettbewerb von Revenant zu den Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb von Vöid-Gateein. Ich möchte ein paar Dinge über das Vöid-Gateein. Ich möchte etwas probieren. Was? Es ist auch ein Vorteil für dich. Ich freue mich. Ich werde dir jetzt mein Leben geben. Wenn ich die Wahrnehmung wahrnehme, dann werde ich mein Leben geben. Okay, los geht's. Prometheus. Für den Kampf geeignet, aber fragil. Talentehelfen und solche. Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Ups, sorry. Aber ich habe eine neue... Kämpfer ist ja das. Weniger Lebenspunkte, aber der Rest ist besser. Aber... Was bedeutet das für mein Skilltree? Ah, Schwerter. Ah, okay. Da ist, welche Waffen dafür notwendig sind und... Okay. Tollkühne Hingabe. Äh, Gemeinschaftstalent mit Luis. Verstärkt Angriff und verändert... Ah, okay. Schadensreduzierung. Ich bleibe weiterhin dabei. Und ich möchte immer noch diese Fähigkeit irgendwo runternehmen. So, dankeschön. Jetzt gebe ich kein Leben mehr, damit wer anders überlebt. Das nervt. Ja, okay. Aber... Die beiden möchten jetzt mit mir handeln, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ah, never mind. Die macht immer noch Inventur. Ich liebe Japanisch. Äh... Warte mal, was? Er hat doch gesagt, dass ich mit irgendwem handeln kann, oder? Okay. 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 Jetzt habe ich ihn aussprechen lassen. Ah, okay. Alles klar. Ah, okay. Alles klar. Okay, alles klar. Äh, ich hatte ihn... Ach Gott, das nervt. Na, da bin ich mir noch nicht so sicher. Deutsche. Gerinnungsmittel. Paralyse. Also, Antiparalyse. Gegengift. Ah, okay. Die gibt mir also... Leuchtet schwach, oder? Was der für... Gegengestand zur Stimmung. Ah, okay. Alles klar. Sie müssen leuchten. Gegeng... Hm. Die gibt mir so Sachen wie... Ich hab nicht genügend Dunst. Oh, never mind. Wait. Give me a sec. Inventory. Die da. Acht. Ah, wait. Ah, benutzen. Danke. Achthundert. Okay. Gegenstände verkaufen. Kann ich doch meine Waffen verkaufen? Ah, ne, ne, Moment. Der wird jetzt... Okay. Aber das sind halt so Sachen, die kann ich eigentlich verkaufen, oder? Wait. Die ist mir erstmal egal. Jetzt kann ich doch mit der auch traden. Danke. Tauschen. Kostbarkeiten geben. Gibt's eigentlich auch... Okay. Mhm. Handelspunkte. Mhm. Okay. Welche Waffe möchte ich umwandeln? Die hier. Okay, dafür viel mehr... Uff. Über viel Shit. Holy Shit. Ich guck einfach mal durch hier gerade. Ah, Blutschleier ist meine Ausrüstung. Alles klar. Ja. So. Waffen verkaufen. Verkaufen. Weg. Brau ihn nicht mehr. Brau ihn nicht mehr. Ach, brauche ich beide nicht mehr. Verdammt. Weg. 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 Und weg. Weg. Das war keine gute Sache, aber ist egal. Er erinnert die Worte, der schon ohne Fähigkeiten im Blut kurz wirken kann. Ähm. Ne. Er gibt das Buch. Er hat die Eigenschaft... Ah, weg. Äh, kaufen. Waffen. Gucken wir mal, wa? Äh, ich hätte gerne ein Schwert, aber... Dein Schwert? Ist kacke, mein Junge. My Lady. Okay, das ist das Schwert, was ich dir verkauft habe. Dankeschön. Okay, hier gibt es verschiedene Ausrüstungen, die ich kaufen kann. Das ist... interessant. Ein Modifizierter können hier natürlich... Alle Talentarten verbessert. Aber irgendwie... ...hat der 1 zu 1 die gleichen Stats? Egal. Skalierung, weniger schmettern, mehr... Holy shit, viel Rot. Überall viel Rot, holy shit. Oh, ne, Moment. Ich bin da mal raus. So, jetzt hab ich mit den beiden gequatscht. Jetzt geh ich wieder zurück zu dir. Ja, danke. Ich bin da. Ich bin da. Man muss sich die Züge nicht verletzen, damit er sich nicht in der Luft zu schützen. Man muss sich das Züge nicht verletzen. Vor allem, dass die Menschen in den Schöne verletzen sind, weil sie nicht nur diese Züge nicht verletzen sind. Die Rebenant hat sich auch die Züge nicht verwacht. Aber es wird immer noch nicht verletzen. Aber es wird immer noch nicht verletzen. Die Züge nicht verletzen sind. Der Züge ist nicht verletzen. Aber es ist immer noch nicht verletzen. Der Begriff war dann noch mehr. Und hier sind wir, der Begriff, der Begriff und der Begriff der Blumen und der Blumen des Blumen des Blumen. Das ist wichtig, wenn wir diese Welt nicht verletzten, um das Blumen zu verletzen. Das war's für mich. Für mich ist es, dass wir die Flüge nach dem Flüge nachdenken, und wir fangen an, um die Flüge nachzudenken. Aber wir haben noch einen Schocken-Levnant, der sich über die Schocken-Levnant verletzten. Ich habe mich überrascht. Aber ich habe noch eine Möglichkeit gesehen. Wenn du dir das Kraft hast, Wenn ich mich zufrieden, dann werde ich dich nicht unterhalten. Aber ich glaube, ich habe dich nicht mehr. Ich kann mich mit einem Schweren? Danke. Danke. Das ist ein Konzentrum. Das ist ein Konzentrum. Okay. Dann sind wir uns jetzt noch ein Team. Das war's für mich. Ich bin ein Wunschweig. Ich freue mich auf deine Kraft. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werde kurz vor kurzem erklären. Wir haben hier noch eine Forschung der Reise der Reise der Reise. Die Reise der Reise der Reise der Reise der Reise. Die Reise der Reise der Reise der Reise der Reise der Reise. Sollen wir den dann auf die Reise der Reise der Reise der Reise der Reise. Und so werden hoffen, es gilt für diese Reise gegen die Reise der Reise der Reise. Dann wird er über andere Reise. Daher ist schon der Kugelgültere, dass die Kugelgültere und die Kugelgültere Nr. Das kann man auch einfach mit der Kugelgültere Kugelgültere gering. Insofern wurde der Kugelgültere Kugelgültere, dass die Kugelgültere Nr. Es ist eine Art, die Kugelgültere Nr. Ich bin der Kraft, und ich werde die Schäufe ausprobieren, um die Schäufe auszumieren, um die Schäufe auszumieren, um die Schäufe auszumieren, um die Schäufe auszumieren. Aber ich bin nicht. Ich werde erst einmal die Schäufe auszumieren. Es geht schnell, aber ich werde bereit sein, um die Geschichte zu kommen. Bewegung von Müsse zu Müsse. Okay. Du kannst dich von... Achtung, es reicht nicht, ein Gebiet zu besuchen. Die Müsse muss aktiviert sein. Alles klar. Hoppala. Gut. Aber, das macht Hinata in der nächsten... Wait, warte mal. Hat Hinata irgendwas... Nee, okay, das war nur einfach ein... Wait, give me a sec. Äh, Überrest wäre schon... Gibt es da Überreste? Überreste wiederherstellen. Okay, Überreste ausweichen. Nicht genügend Materialien. Okay, aber es gibt halt, ähm... Ja, das ist okay. Du kriegst von allen einfach das Gleiche. Okay. Gut, aber... Das war's erstmal. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Für die Leute, die auf YouTube zuschauen. Ähm, und für die Leute auf Twitch wird's wahrscheinlich demnächst, beziehungsweise gleich weitergehen. Hau da rein. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, wir hören uns in der nächsten Folge.